So, hier haben wir lauter Reihenhäuser gebaut, aber wir brauchen was anderes. Da war gerade auch noch mal ein Problem, aber das kriegen wir schon noch hin. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Sache und zwar, ich werde jetzt hier versuchen, zumindest. Jetzt schauen wir mal gerade. Ich kann auch von hier erstmal rausgehen, das ist kein Problem. Ja. Jetzt können wir mal schauen, schnell. Dann machen wir nämlich folgendes. Das wird so eine Art, ähm, dann machen wir so ein Wohngebiet raus. Das Eisenbahnerviertel, genau so in die Richtung. Und das verlegen wir nämlich auch so. Und zwar quasi, das war das, ähm, so ein bisschen machen. So, um genau zu sein. Dann machen wir hier so Büros und so, ähm, Einkaufsmöglichkeiten hin. Und das wird dann halt eben für die Wohnungen eher gedacht werden. Also das, was direkt an der Bahn liegt, ähm, sind dann eher so die, ähm, Shopping-Möglichkeiten. Und der Rest wird Wohnraum. Weil wir davon halt einfach einen gigantischen Bedarf auch haben mittlerweile. Das wird einer unserer, unserer, ich sag jetzt mal, größeren Wohngebiete. Das wird auch ein eigener Bezirk werden, glaube ich. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass das so ist. Genau, und hier gehen wir einfach noch rüber. So, dann machen wir mal hier ein paar Sachen. Gut, das sind nur so vereinzelte Büroräumlichkeiten, nix Wildes. So, dann kommen hier weitere Shopping-Möglichkeiten dazu. So, machen wir das ein bisschen, weißt du, damit dir so eine, so eine schöne Längszeile entsteht mit Shopping. Das ist natürlich hier einfach auch viel zu viel wieder. Gut, da müssen wir dann auch nochmal schauen. So, dann gibt's hier, ähm, zum Teil billige Mietwohnungen. Also quasi, wenn man das so übersetzen möchte, wahrscheinlich ist das eheste, was dem rankommt, sozialer Wohnbau. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten, dass das damit eher am ehesten gemeint ist. So, und dann sehr viel geringe Dichte hier. Ich glaube, wir können nochmal ein neues, äh, bisschen Strom etablieren, weil das wird jetzt sehr, sehr auf unser Stromnetz gehen. So, und hier drüben machen wir auch wieder, äh, Gewerbe. Es wird natürlich jetzt eine ganze Weile dauern, bis das hier bevölkert ist, selbst auf maximaler Geschwindigkeit. Ah, neuer Ort, Anwesen. Ja, wobei, das geht eigentlich, ne? Ich hab' gar nicht mal gedacht, dass das so ist. Geringe Dichte und Billig-Wohnkasernen vertragen sich nicht, sagst du? Ah ja, das ist jetzt nur vorübergehend jetzt erstmal. Was habt ihr denn eigentlich? Nicht genügend Kunden ist euer Problem. Na, das sollten wir aber gleich gelöst haben, oder? Also, da hab' ich Hoffnung. Wir müssen natürlich aber auch diese Straße tatsächlich noch, äh, hier durchziehen. Damit hier mehr Möglichkeiten auch sind, durch diesen Wohnblock einmal quer durchzukommen. Also mal so hier, na, damit das ein bisschen quer ist. So, jetzt kommt als nächstes hier erstmal, ähm, ein Kranken-, also ein Krankenabteil rein. Pass auf, hier so eine kleine, kleine Klinik. Dann, äh, Feuerwehr wäre, glaub ich, gar nicht schlecht hier. Dann eine Polizei. So, da fühlen die sich nämlich alle gleich viel besser, ne? Dann machen wir hier noch eine kleine Schule rein. Dann gibt's eine weiterführende Schule. Vielleicht die andere, an der Seite geht nicht, okay. Das krieg ich hier nirgendwo rein, ne? Hier oben aber vielleicht. Ne, das auch mit der Bahn. Hier drüben. Pass auf, das machen wir hier eher hier oben. Dann gibt's noch eine, äh, eine Uni. Freuen sich alle drüber. Boah, College, schauen wir mal an. Die Zul- Oh, unser College ist ja Katastrophe. Bibliothek, erweiterter Flügel. Gleich noch eine Bibliothek ran. So, da geht 1500 Leute rein. Ich denke, das ist gut. So. Gut, dann machen wir jetzt, ähm, warten wir jetzt einfach mal ab, was das hier gibt. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Pumpe, weil wir haben unsere Pumpe auf jeden Fall jetzt überanstrengt. Wir könnten natürlich auch noch Wasser buddeln. Aber ich glaube, das ist Unsinn. Wir bauen eine weitere Pumpstation auf. Das sollte unser Wasserproblem auf jeden Fall in den Griff bekommen. Schaut's mit dem Strom aus, geht sogar. Wasser geht auch. Das ist okay jetzt. Na gut. Müll. Ne, ich will eigentlich wissen, wie der Müll generell aussieht. Ich will kein neues Müll-Dings bauen. Ich glaube, es schaut generell gut aus, ne? Also, unsere Müllkippe ist ein bisschen voll geworden. Im Laufe der Zeit. Ja, das sieht man aber auch. Da stinkt es zum Himmel, du. Wir versuchen da mal ein bisschen, ähm, den Müll, äh, gegen wertvollere Ressourcen einzutauschen. Also, wir verarbeiten jetzt ein bisschen besser. Vielleicht haben wir da irgendwelche seltenen Sachen dabei. Mal gucken. Oh, warte mal, es ist ja... Winter. Äh, brauche ich jetzt irgendwelche Straßendienste, die ich nicht habe? Nicht wundern, es ist Juni und schneit. Wir sind auf der Süd, äh, Halbkugel. Äh, deswegen ist es da andersrum, als bei uns jetzt aktuell. Okay, wir sollten... Das ging schnell, ja. Okay. Der Landwirt hier ist enorm, ne? Ich bin interessiert daran, jetzt mal rauszufinden, wie hier unsere Leute... Wie hier unser Bürgervermögen, schaut ja Katastrophe aus, ne? Bevölkerung. Uh, unsere Bevölkerung wächst! Jawohl! Das Radio-Gebrabbel ist ab und zu ganz lustig, aber nicht, wenn ich gerade was Tolles sehe. So, pass auf, Geburtenrate 171 Geburten im Monat zu 125 Toten im Monat, ja, also Todesrate und Geburtenrate. Zuzug 3.500 pro Monat, Wegzug 46. So schlecht kann es bei uns nicht sein. Arbeitsplätze 17k, Arbeitnehmer 11k. Aber eine Arbeitslosigkeit von 0,1%. Das ist gut. Die Arbeitnehmer könnte sein, dass das Problem, ähm, am Ende daran liegt, dass das halt eben noch keine... Also, dass Kinder sind, die noch in der Ausbildung sind. Oder in der Schule halt. Und deswegen nur 11.000 sind. Was ich sehe hier, dass 10% Kinder sind, 6% Jugendliche und 70% Erwachsene, 12% Senioren. Gucken wir uns hier mal rein. Grundschulausbildung, zugangsberechtigt 1600. Es sind alle, jeder kann quasi, es ist nur die Hälfte in der Grundschule drin. Das mag vielleicht unter anderem damit zusammenhängen, dass die Grundschulbildung hier Katastrophe ist. Lass mal nochmal eine Grundschule bauen. Das killt uns jetzt gerade unsere Monatsbilanz, ne? Ein bisschen. Ah, okay, wir müssen Chicks, Chickens importieren jetzt gerade. Was denn hier schon wieder passiert, ha? Das ist schon wieder kaputt. Das war doch Öl hier. Oder? Das war doch unsere Ölgeschichte. Oh, no. Jetzt oder was? Ja. Öl. Lass mal gucken, wie ist das mit dem Öl eigentlich? Oh, unser Budget geht gerade baden. Öl. Haben wir schön ein bisschen Überschuss jetzt generiert. Okay. Wir produzieren auch einen Überschuss an Beton, an Textilien und an Möbeln. Das ist natürlich sehr attraktiv. Und an den richtig geilen Sachen, Mahlzeiten haben wir auch einen Überschuss. Medien produzieren wir. Ja, da geht auch was, ne? Wenn jetzt hier keiner reinzieht, dann machen wir folgendes. Dann bauen wir jetzt hier diese etwas Theater zum Beispiel kommt hier rein. Das ist vorhin die bestimmt gut. Bildhauer anwesend. Gerne. Alte Fabrik. Ey, Duselador. Dankeschön für deinen Follower. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. So, dann bauen wir hier nochmal ein Gebäude rein. Yes. Größeres Städtchen, Leute. Kam genau richtig jetzt. Sehr schön. Gut. Ich verbaue mal diese ganzen speziellen Gebäude rein, weil das halt auch einfach immer wichtig ist. Das sind auch, glaube ich, Sightseeing-Punkte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dieses Chemie-Ding, das bauen wir hier unten ran. Vielleicht kriegen wir das auch hier unten rein. Da müssen wir allerdings ein bisschen an der Landschaft verändern, weil das schaut ja auch unglaublich dämlich aus. Autozentrum. Na gut. So, jetzt schaut das nicht mehr so blöd aus. Sieht man bloß nicht, weil jetzt gerade voll drüber geschneit hat. So, hier brauchen wir auch für tausend Leute knapp Parkplätze auch möglicherweise. Unzählige Autos. Aus der Milchprodukte, vielleicht auch das. Das können wir da auch noch mit hinstellen. Ja, können wir nicht. Dann stellen wir das trotzdem da irgendwo mit ran. Das können wir vielleicht auch hier machen. Ja, hier geht's sogar. So, das Auto-Dings. Das können wir hier oben reinbauen. Das ist doch hier eigentlich ziemlich geil. So, direkt an die Bahnlinie. Mega. So, Geld check. Müssen wir natürlich ran, ne? Kurz vor der Pleite Level Up. So muss es laufen. Ich habe auch mehr Glück als Verstand. Ja, aber das ist meine Geheimwaffe. Was willst du machen? Was ist bei euch? Nicht genügend Kunden. Ja, das ist ein Kundenproblem hier, ne? Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist hauptsächlich eins. Die wollen nur Wohnungen mit geringer Dichte haben. Zufriedenheit steuern. Taxi-Mindestgebühr. Re-Sozialisierungsprogramme. Haben wir denn überhaupt irgendwas in Form von Tourismus? Ich habe keinen Plan eigentlich. Warte mal, wir könnten das aber mal ganz einfach schauen. Tourismus. Ja. Unser Friedhof ist ein Touristen-Hotspot. Und das Autohaus hier unten, das ist auch normal mit dem College und so. Das finden die Leute auf jeden Fall interessant zum Anschauen. Touristen 25 im Monat kommen hierher. Effekt des saisonalen Wetters plus 16%. Durchschnittliche Hotel-Uvernachtungskosten. Wow, okay. Nicht schlecht. Spitzenimporte. Kaufen wir Chemikalien ein? Nahrung kaufen wir ein? Holz kaufen wir ein? Das ist natürlich saudämlich, ne? Kriegen wir das nicht besser hin? Markus unterstrich der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Gesis. Ey, Markus. Dankeschön. Und Gesis, danke. Habt viel Spaß. Mit deinem Stufe... Mit deinem Level 1. Oder ersten Monat. Sub. So, jetzt aber. Dankeschön, Markus der Franke. So. Da war jetzt das Hirn nicht so ganz aktiv gerade. Ja. So, was ist denn hier jetzt das Problem schon wieder? Ja, das mit den... Ähm... Ich kann doch... Warte mal. Im Gesundheitswesen... Wir haben doch bestattungsmäßig auch noch das Krematorium, ne? Das muss ich aber auch freischalten. Wir haben wahnsinnig viele Punkte. Dann lass uns mal eine U-Bahn freischalten, weil die finde ich auf jeden Fall geil. Meilenstein haben wir also mal auf jeden Fall auch drin. Ähm... Gesundheitswesen. Krankenhaus wäre, glaube ich, mal gut. Ja. Krematorium wäre gut. Eine Seuchenschutzbehörde? Weiß noch nicht. Ähm... Ich glaube, ich gehe mit dem Recyclingzentrum auch noch mal. Wasseraufbereitungsanlage könnte noch interessant werden. Ähm... Ich gehe auch Richtung Gaskraftwerk weiter. Schnellstraßen. Große Straßen. Tiefgaragen. Tiefgaragen wären, glaube ich, auch nicht schlecht. Muss ich aber jetzt noch nicht sofort haben. Das Rathaus will ich gerne haben. Mhm. Die Zentralbank wäre noch interessant. Aber da habe ich jetzt keine Punkte mehr. Ich kann aber noch mal große Parks freischalten. Das wäre, glaube ich, für hier auch geil. So. Wir haben jetzt tausend Sachen freigeschaltet. Ich muss jetzt gerade mich erst mal orientieren. Also wir haben jetzt endlich Schnellstraßen. Jetzt können wir richtig geile Sachen mit anfangen. So. Dann brauchen wir Energie. Bei Zeiten sollten wir uns da mal reinschauen. So. Dann haben wir jetzt das Krematorium. Das möchte ich ganz gerne hier an die Seite bauen. Weil wir nämlich immer mit dem Bestattungswesen doch durchaus ins Gehege kommen. Und ich glaube, das wäre hier ein ganz geiler Ort dafür. Wir machen ordentlich Plus jetzt wieder. So. Fahrzeuge in Wartung 2. Hier arbeiten, Leute. Also es sollte eigentlich tatsächlich funktionieren. So. Dann haben wir jetzt ein überörtliches Krankenhaus noch. Das hätte ich gerne hier unten tatsächlich im Wohngebiet drin. Weil ich glaube, mit Krankenwagen und so, das ist schon wichtig. Hier werden auf jeden Fall Pharmazeutiker jetzt eingelagert. Die haben 500 Patienten Kapazität. Der einzige Nebeneffekt ist, dass hier ständig die Bahn vorbei rumpelt. Aber damit müssen die halt leben. So. Gucken wir mal. Ein aktives Fahrzeug ist unterwegs. Das klappt also. Schön. 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 Das gefällt mir doch alles, ne? Das gefällt mir doch alles wieder. So. Dann gibt es jetzt noch ein Recyclingzentrum. Aber das... Ach, 200.000! Vielleicht jetzt noch nicht gerade gleich. Sozialamt wollte ich auch noch bauen, ne? U-Bahn wird jetzt erstmal nichts mehr. Kleiner Park vielleicht. Kleiner Park vielleicht. Ein Hundepark. Geht immer noch. Kleine Feuerstelle. Oh, wir müssen die Posten doch machen, man. Wir haben die Posten vergessen. Ich hab komplett die Posten vergessen. Ich hab das oben ein bisschen übertrieben, glaub ich, mit den, mit den, mit den Dingern. Aber, lass uns nicht tarryen. On to the next Rappisode. So. Gut. Also, jetzt gucken wir einfach mal. Läuft eigentlich mittlerweile dieses Postverteilzentrum? Macht das irgendwas? Ne, ne? Deaktivieren. Es ist ein gut laufender Postdienst. Erhöht Wohlbefinden von Privatplätzen. Apropos gut laufender Postdienst. Das läuft doch nicht, oder? Wo ist denn unser Postamt? Da. Aber das hat noch richtig Kapazität, ne? Unser Postdienst müsste gut laufen eigentlich. Schauen wir mal. Hier sammelt sich hier Post? Ne, ne? Kein Schwein will Post. Was macht die Hillbilly-Siedlung? Meine Lieben, ich möchte mal kurz eure Emotes sehen zur Anticlopädis Hillbilly-Siedlung. Die ist nämlich angepasst worden. Wo ist denn die jetzt? Da ist die Flurstraße. Hab ich die? Ach so, wir finden die nicht mehr. Ich glaube, das liegt an einer ganz einfachen Geschichte. Nämlich durch die Modernisierung unserer Industrie nach da draußen hat sich die Siedlung hier komplett aufgelöst, quasi. Dankeschön, Marc-Cools, für dein Follow. Herzlich willkommen hier. So. Hillbilly gentrifiziert. Ja, leider. Oder was ist leider? Man sieht jetzt, also die Siedlung existiert wohl noch. Ich mache das jetzt anders, damit wir das besser erkennen können für die Zukunft.